Von der Firma Hook Folien im Baumgartenberg kommt eine Vignette, die weit mehr kann als nur kleben. Bis 2008 wurde hier in Baumgartenberg unter anderem die Verpackung für Mannerschnitten hergestellt. In den letzten Jahren hat man sich ausschließlich auf Dekor- und Sicherheitsfolien spezialisiert. Auch die Hologramme für unsere Euronoten stammen von Hook Folien. Die neueste Entwicklung, die Basis einer intelligenten Vignette. In Klebefolie eingearbeitete Mini-Platinen, hier Antennen genannt, ermöglichen eine passive Kommunikation mit der Außenwelt bzw. mit elektronischen Lesegeräten. Zum einen ist es eine Antenne für eine funkunterstützte Auslesemöglichkeit, die mit einem Kupferreflektor versehen ist, der gleichzeitig auch ein optisches Sicherheitsmerkmal in Form von einem Hologramm trägt. Und gleichzeitig ist eine dritte Funktionalität in Form von einem Manipulationsschutz untergebracht. Das heißt, es ist nicht möglich, das Etikett zerstörungsfrei so abzulösen, dass es zum Beispiel an einem anderen Automobil wieder eingesetzt werden kann und dort dann funktionsfähig bleibt. Der Zulassungsschein, den wir jetzt in Papierform im Fahrzeug mitführen, wird im Etikett gespeichert. Er kann elektronisch ausgelesen werden. Zweite Funktion des Etiketts ist ein Mautsystem, elektronisches Mautsystem. Das heißt, bisher bekannte Mautsysteme wie die Go-Box, die deutlich aufwendiger sind und auch von den Kosten höher sind, können durch dieses Etikett abgelöst werden. Entwickelt wurde die Antenne für den US-Markt. Rund 20 Millionen Stück konnten bisher geliefert werden. Aufgrund von Kundenanfragen rechnet man mit einer jährlichen Steigerung von 10 bis 15 Prozent. Vielleicht wird auch unserer Autobahnvinette in näherer Zukunft intelligentes Leben eingehaucht. Den Landesinnovationspreis in Oberösterreich gibt's dafür schon jetzt.